Was ist der Startup-Day? Wir sind hier auf dem zweiten Startup-Day des Hochschulgründernetzes Cologne. Wir befinden uns an der Universität zu Köln, in dem Trakt, wo das Networking stattgefunden hat. Der Startup-Day klingt geradeaus. Wir hatten ein chronologisch aufgebautes Programm. Wir haben gestartet mit einem Erfahrungsbericht zum Thema von der Hochschule in den Chefsessel. Die Idee war ja vor allem, Studierenden Lust zu machen, zu gründen. Und das ist tatsächlich ein Anliegen von mir. Das ging ja genauso. Ich bin ja auch direkt aus der Uni raus in ein Startup rein und habe mein Studium dann irgendwann sechs Jahre später überhaupt erst abgeschlossen. Und ich glaube, das ist auch genau der richtige Zeitpunkt, weil man noch so offen ist, weil man überhaupt nichts zu verlieren hat. Die Fallhöhe ist halt minimal. Wir hatten dann eine Diskussionsrunde, Panel-Diskussion zum Thema Web 3.0. Welche Nischen gibt es da überhaupt? Wie entwickle ich ein Geschäftsmodell im Web 3.0? Da hatten wir auf dem Podium zum Beispiel den Tom Wachum. Wir hatten dabei den Clemens Kebicki. Wir hatten Thomas Brotha. Wir hatten Christoph Kasper, der das Ganze moderiert hat. Und wer steht weg? Wie pitche ich denn überhaupt für Investoren? Da hat der Hightech-Gründerfonds, die Person von Ole Kebbel, seinen Input gegeben. Und ihr könnt einfach als Gründer extremst viel an dieses Know-how des Investors einfach davon lernen, davon greifen, Fehler frühzeitig einfach ausmerzen, wenn ihr einfach die Investoren vorstellt, was wollt ihr machen. Man kann immer auch als Studententeam zum Investor gehen, das geht definitiv. Aber die besten Chancen haben diejenigen, die eigentlich die Hochschule fertig gemacht haben und danach, ich sag mal, zwei, drei Jahre Berufserfahrung gesammelt haben. Also sehr praktische Hands-on-Tipps. Und das ist auch der Anspruch, den wir hier haben. Was ich sehr schön finde heute ist, man kann direkt Kontakt aufnehmen zu Kapitalgebern, zu Investoren. Man kann da direkt mit denen sprechen. Man kann sich Informationen holen und so weiter. Also es ist schön aufgebaut. Man kann gut networken, wie es auf Neudeutsch heißt. Worüber wir uns auch sehr gefreut haben, ist, dass zum Beispiel unser Spondor Osborne Clark, der den Startup Day ebenso wie die NRW-Bank unterstützt. Ich habe einen Vortrag zum rechtlichen Thema gemacht. Und zwar ging es um die rechtlichen Anforderungen an das Geschäftsmodell in den verschiedenen Stadien. Also Gründung, Wachstum und bis hin zum Exit. Man fängt an, gerade im Technologiebereich oder im Online-Bereich, gleich mit der Entwicklung der Software oder der Online-Plattform. Das Gründerteam geht vielleicht auseinander oder mischt sich irgendwie durch. Es kommen neue dazu. Und gerade die rechte Situation an dem, was man schon so geschaffen und entwickelt hat, ist dann meistens unklar. Man kann mit diesen Themen eigentlich nicht früh genug anfangen, sich zu beschäftigen. Denn die meisten Fehler macht man am Anfang. Und wenn man dann an so einem Tag vielleicht aus der Hochschule heraus schon mal gehört hat, worauf man achten sollte, weiß man später, wann man denn den Anwalt anrufen sollte. Wir hatten spannende Workshops aus Sicht des Technologie-Marketings. Wie entwickle ich überhaupt ein Geschäftsmodell im Hochtechnologiebereich? Da hatten wir den Leiter des Technologie-Marketings beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dass Hoch-Hightech-Gründungen eine Herausforderung sind und dass man sich sehr intensiv auseinandersetzen muss mit der Technologie-Reife und der produktionstechnischen Reife von solchen Technologien. Aber auch mit den Kunden, gucken Sie, sind die Kunden vorbereitet, haben die schon die Reife erreicht, um solche Technologie anzunehmen. Und in diesem Kontext muss man sehr intensiv recherchieren bei einer Unternehmensgründung, um die richtige Richtung zu finden und frühzeitig die Risiken, die mit solchen Hochtechnologien verbunden sind, die mit der Einführung solcher Technologien verbunden sind, in den Griff zu bekommen. Das ist eine große Bandbreite. Wir haben hier sowohl rechtliche Fragen, wir haben hier Experten für Start-up-Gründungen, die wirklich aus der Start-up-Szene kommen. Wir haben erfahrene Investoren und Business Angels hier. Das heißt für jeden, egal wie weit er auch mit seiner Idee ist oder welche Idee er hat, es sind auf jeden Fall sehr viele neu interessante Dinge da. Ja, so war es eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mir nicht so ganz so gut gefällt, ist die Location dieses Jahr. Letztes Jahr waren wir drüben im neuen Hörsaalgebäude oder Seminargebäude und da war es schon schöner und hat irgendwie auch mehr Leute angezogen. Es war ein bisschen voller als dieses Jahr. Es lief ein Workshop zu dem Thema Personalrecruiting für Start-ups. Was muss ich überhaupt beachten, wenn ich Personal suche? Wie kann ich Zeugnisse lesen? Etc. Und ebenfalls der Praxisnahe der Workshop persönliche Stärken und Schwächen nach dem Reisprofil. Wie kann ich denn feststellen, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind? Wie ich mich im Unternehmerteam eingliedern sollte? Der Wieda Andersen, gerade vor zwei Tagen aus Stanford gekommen, bei Steve Blank viel gelernt zum Thema Business Model Generation, heute diesen Workshop auch hier bei uns im Rahmen des Start-up Days durchgeführt hat. Wir haben die Preise verliehen im Ideenwettbewerb des Social Gründernetz Cologne. 26 spannende Einreichungen, drei Hauptpreisträger. Die haben wir alle vorgestellt und ausgezeichnet. Abschließend gab es eine Panel-Diskussion zu der Frage, was braucht eine Gründerkommunity in Köln? Auch da konnten wir sehr viel Input draus ziehen, genauso wie die Teilnehmer. Es gab viele spannende Anregungen. Was könnte man noch machen? Was wird neben den schon etablierten Formaten hier in Köln noch benötigt, um die Start-up-Szene zu befruchten? Und ja, mal sehen, was wir daraus gelernt haben. Wie wir den Start-up Day im kommenden Jahr gestalten. Diese Veranstaltung sagt es ja schon eingangs, was man zum zweiten Mal macht, zum Köln Tradition. Wir werden es sogar zum dritten Mal machen im kommenden Jahr, Ende Juni. Und das Format sicherlich erweitern.